So, und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport. Es geht weiter mit unserer wunderschönen Fair Lady. Diesmal geht's nach Amerika, glaube ich. Watkins Glen, International Speedway, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir gehen da rein. Wir machen noch ein bisschen Tuning. Ein bisschen Tuning. Stubbies geht fett rein. Gewicht fand ich jetzt nicht so schlimm. Bremsen fand ich sogar eher zu stark. Also Bremsen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nein, 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 zurück zu Upgrades. Deswegen können wir uns eigentlich tatsächlich echt mal so was wie Kupplung, Beschleunigung, Getriebe. Oder natürlich auch Gewicht kümmern. Hier Antriebswellen, Differenzial. Sport, Rennen. Und natürlich auch so was wie Design. Weil ich finde es eigentlich schon ziemlich sonst gut. Das ist die Serien Front mit einfach einem Splitter. Okay. Kamei. Okay. Einfach Stoßstange weg. Das ist halt Rallye-Zeugs, ne? Sonst alles. Was auch eher für Rallye, dass der nicht kaputt geht. Ich würde tatsächlich Frontstoßstange, die Kaminasi, Kaminasi, ich spreche es richtig aus, nehmen. Und Heckflügel, Heck-Spoiler, tatsächlich. Ah, kacke, können wir nicht. Okay. Dann erstmal nur Front. Ist ja auch schön. Äh, Umbau... Oh, ei, okay. Je, das wusste ich ja gar nicht. Turbo. Antriebe, ja gut, das ist dann aber alles mega teuer. Hier. Ne zwei Liter, äh, rein Sechszylinder. Immer das gegen was krasses wechseln, dann ist das natürlich ein bisschen over. Ich würde tatsächlich... Oh, ein bisschen mehr Sound. Ah, geht auch nicht. Geht auch nicht, okay. Oh, hier ist aber alles ziemlich teuer. Vielleicht warten wir aber auch noch eine Runde. Dass wir ordentlich upgraden können. Mal die Schwungscheibe könnten wir auf jeden Fall... Ja, komm, die Schwungscheibe. Die Schwungscheibe nehmen wir mit. 75 jetzt. Naja, das ist alles zu teuer. Uh. Äh. Ein bisschen Ballast will ich nicht. Ja, komm. Wir nehmen, äh, Fahrwerksversteifung noch mal mit rein. Und dann haben wir noch 25... ...Hardpoints übrig. Die wir für's nächste Mal dann verwenden. Und dann gehen wir mal... ...rein. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht komplett wieder verhunzt. I hope, I hope, I hope. Ich hopp ja so, ne? Ich hopp ja so. Ich hopp ja so. Ich hopp ja so. Ja, ich hopp ja so. Ich hopp ja so. Ich hopp ja so. Ich hopp ja so. Cool. Wie es halt früher so war. Abgesperrte Strecke und los geht's. So. Also ich meine abgestellte Straße und los geht's. Oh ja. Also er fährt sich deutlich präziser. Nicht mehr dieses extreme Eintauchen beim Bremsen oder zur Seite wangen. Und sieht dabei wunderschön aus. Sowohl von innen als auch von außen. Okay. Kann ich ab dem Scheitelpunkt wirklich Vollgas geben. Den Lotus holen wir ein bisschen Stück für Stück auch ein. Der fährt aber auch Kraut und Rüben. Na ja. Ein bisschen abfallen lassen. Das Gefühl, wenn ich da jetzt reinsteche, dann zerstech ich den. Aber mal so komplett. Den kleinen Lotus. So. Oh. Verlass. Du bist ja noch da. Ich dachte, ich wäre schon vorbei. Also jetzt ernsthaft. Ich dachte, ich wäre vorbei. Okay. Na ja. Getriebe könnte auf jeden Fall deutlich besser werden. Er schaltet sehr zaghaft. Und guck mal. 1,39,99. Das schaffen wir locker. Haben wir jetzt schon. Gut. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen rum. Ob wir vielleicht noch mal die Zeit einfach ein bisschen noch mal anheben können. So auf jeden Fall nicht. Doch. Okay. Ich bin aber in der anderen Runde deutlich weiter innen gefahren. Ich dachte vielleicht. Okay. Und uns fehlt Leistung. Er hat so den Punkt erreicht, wo wir zu viel Leistung, zu viel Grip haben für zu wenig Leistung. Ich tune lieber, also ich habe jetzt einfach gelernt, dass ich einfach in die Richtung tune. Erstmal viel Grip und dann Leistung. Einfach, dass ich mich rantasten kann. Mit wenig Leistung und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Um zu gucken, ob dann ja so Übersteuern, Untersteuern und immer mehr kommt, immer mehr kommt. Dass ich das einfach viel kontrollierter mitkriege. Und dann natürlich ein bisschen besser dann drauf reagieren kann. Als wenn ich erst Leistung mache, keinen Grip habe, die ganze Zeit am Rumschlittern bin. Und dann irgendwann einen Grip reinkriege, aber dann schon alles vorbei ist. Ja, das bringt dann auch niemandem was. Wir haben Autostufe 7 erreicht. Da ist nochmal wunderschöne Car Points zum Ausgeben bekommen. Fürs Tunen. Fürs Verbessern. Die zwei Nissan Ziphone oder der Holden und der Nissan, glaube ich. Wir sehen uns gerade wunderschön aus. 1-4-1. Also Zeit auf jeden Fall nochmal deutlich verbessert. Aber der Holden hält uns. Der holdet uns. Ja. Gut. Das wird auf jeden Fall keine Verbesserung. Aber die drei Runden schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich frage mich, was passiert, wenn ich vorher kein Benzin mehr habe. Wie schließe ich das Training dann ab? Das ist jetzt so mal eine ernsthafte Frage. Kann ich das überhaupt? Kann ich in die Box und dann sagen hier mehr Benzin? Oder sagt das Spiel dann einfach so Mach nochmal. Hat Zeit gefressen. Der kleine Schlitterer hat Zeit gefressen. Aber auch. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen 1-2107-3. Wie kann ich dann langsamer sein? Aber es war nur 2-1107-3. Dad ist natürlich dann... Na, der Holden? Der wird im Rennen nervig. Bin ich ehrlich. Brock. Junge, der bleibt aber auch echt stur auf seiner Linie. Mit dem möchte ich im Rennen nicht zusammenkommen. Der hat mir ja richtig Zeit gefressen jetzt. Oh, guck mal, ein Vogel. Huch, was war das? Ja, Zeit straff ist mir egal. Ich bin jetzt fertig. Oder wird es ins Rennen übernommen? Das habe ich ja mal gar nicht bedacht. Das könnte ja ins Rennen übernommen werden. Oh, oh. Das könnte ja so fies sein. also 10, ja, lasse ich doch. Ich muss nur richtig jetzt wissen. Oh, oh. Habe ich mir jetzt ins eigene Bein geschossen? Wie denn nett? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Los geht's. Scheint nicht der Fall zu sein. Es wird nirgendwo eine Strafe angezeigt. Puh, also sollte klappen. Sollte passen. Boah. Die fahren aber auch in sich, in sich zusammen, ey. Das ist unglaublich. Bevor die lenken, knallen die lieber in sich, also gegeneinander rein. Das ist unglaublich. was die KI hier wieder von Müll verzapft. Oh, da vorne ist er, da vorne ist er, da vorne ist er. Und der Lotus wird hier einmal komplett gesandwiched mit dem Toyota und mir. Hm, cool. Das gibt Autopunkte. Perfekt. Boah. Das war haarscharf. Das hätt, äh, hätt er ein bisschen drüber gezogen, hätt es böse enden können. Mal gucken, ob wir wieder so ein geiles Battle wie in, ähm, Rains Hedge kriegen. Aber, eins merke ich, die haben mehr Power vor uns. Die haben einfach mehr, äh, Dampf unter der Haube. Die können einfach viel, viel schneller, viel, viel besser, äh, abziehen. Äh, ich hätte gehofft, dass vielleicht die, äh, Schwungscheibe schon mal ein bisschen an der Beschleunigung rüttelt, aber, nicht genug. Wir müssen auf jeden Fall Power reinkriegen in den Wagen. Weil, die Anfangsbeschleunigung ist gut, aber vierter, fünfter Gang ist die Beschleunigung wirklich miserabel. Ah, hier geht's jetzt, für den Nissan, also für den, unseren Skyline-Kollegen reicht's. Da ist der wunderschöne Holden. Der hat uns jetzt hoffentlich, der zieht uns echt weg, ey. Der hat echt Bums in der Haube, glaube ich. Wenn der keinen Fahrfehler macht, ist der echt, äh, schwierig. Aber wir kommen beide tatsächlich ziemlich gut an die zwei Vordermann. Also wir sind, das ist ja auf einer Augenhöhe. Also es wird gleich, es wird schwierig an den vorbeizukommen. Ich hoffe, dass die dann vorne ein bisschen aufhalten, dass ich einfach so ein bisschen dran vorbei switchen kann. Oh Gott, das war frech. Dass das keine Strafe gab. Oh, okay. Das, äh, okay, das war frech. Ich hab noch zurückgezogen. Ich hab gemerkt, oh oh, wäre, wäre doof. kam trotzdem zu nem kleinen Unfall. Gut, äh, für uns ging's gut aus im Endeffekt, äh, für den kleinen Kollegen hinten leider nicht. Äh, äh, nehm ich trotzdem eingesackt. Eingesackt. Ja, es wird ja auch immer ein bisschen Glück dazu, ne? Beim Rennen fahren. Aber, das gleiche Spielchen in einer anderen Lackierung. Wir kommen nicht ran. Wir halten die selbe Geschwindigkeit, aber wir kommen nicht ran. Aber wir haben noch drei Runden. Sollte klappen. Schlimmsten Fall mit solchen Manövern. Weil das war jetzt auch ein bisschen frech. Ja, das gab Ärger, das hab ich mir schon gedacht. Aber hier wird's auch echt schwierig, die, äh, siebenhundertstel dann rauszufahren, finde ich. Obwohl, der BMW hält dann vielleicht gut auf. Muss man nur noch an dem vorbei. Naja, wir tragen, wir tragen die Schande. Wieso komm ich die eigentlich, wenn ich in der Ausland bin, immer raus? Wir tragen die Schande, die ganzen Dellen und Kratzer. Nicht mit Ehre, nicht mit Stolz, aber wir tragen sie. Wie ein, äh, ein Wagen. Also Seitenführungskräfte, mäßig sind wir wirklich eher, eher sehr weit vorne. Aber Beschleunigung, junge, junge, junge. Guck dir mal an. Er zieht davon, er zieht einfach weiter, schnurstracks davon. Ich muss echt, äh, echt alles geben, vor allem in den Kurven. Keine Strafe. Ja, war ja auch eine sehr leichte Berührung. Aber ich muss alles geben in den Kurven, sonst, äh, reicht's nicht. Sonst wäre ich, würde ich nicht vorbeikommen. Wenn ich da wirklich so ein bisschen zaghafter unterwegs wäre, wäre das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, wir haben's. Das müssen wir noch überleben. und, äh, okay, rausfahren tun wir's auf jeden Fall. Okay. noch zwei Runden, also diese noch und die nächste, dann haben wir das auf jeden Fall auch wieder geschafft. es muss im echten Leben echt die Hölle sein, darüber zu räubern die ganze Zeit. ich glaube, aber im echten Leben sind da zum einen noch ein paar, ich glaube, ich hab mal so ein, ähm, Grand Touring Rennen davon gesehen, wie die da so drüber räubern, über dann so Curbs, die da extra hingelegt werden, nochmal. Ähm, ich glaube, das war die Rennstrecke. Und die sind dann teilweise wirklich mit, äh, zwei Reifen wirklich komplett in der Luft, also nicht so hier so ein kleines, kleines Beinchen heben, sondern wirklich, äh, fast, fast Überschlag heben. Deswegen ist es ein bisschen extremer. Aber ich bin froh, dass es hier so human ist, auf der, äh, im Spiel. Obwohl es natürlich echt extrem geil wäre, da so rüberzuräumen, nach so quersteh, äh, wirklich, sich fast hinlegt. So. Dann haben wir es gleich geschafft. Einmal hier schön an den Grandstands vorbei. Am Watchtower. Und dann haben wir das auch schon. Also ein bisschen gegenpendeln tut er immer noch. Na gut, ist halt immer noch ein Heckangriff drübener Wagen. Aber dann haben wir es gleich schon wieder geschafft. Schon wieder mit wirklich ein bisschen größerem Abstand. Aber wie gesagt, es klingt, ich will es nicht immer wieder betonen, es klingt immer so ein bisschen ausredentechnisch, aber es liegt halt leider wirklich einfach daran, dass wir diese Rennstrecken teilweise, also manche Rennstrecken wirklich liegen und manche einfach gar nicht, weil ich die einfach noch nicht wirklich kannte oder sowas. Deswegen, äh, es lief jetzt relativ gut, aber es kann auch alles noch komplett schön werden. Mhm, sag ich jetzt mal. So, wir haben aber schon drei von fünf tatsächlich beendet mit unserem wunderschönen Super Nissan Z. Deswegen geht's auf in die nächste nach ein bisschen Tuning. Hockenheimring dürfte mir eigentlich auch ziemlich gut liegen. Äh, Power. Und Lautstärke, bitte. Ui, 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 aber da wird die ja Beschleunigung ja richtig. Guck mal, der muss richtig durchhusten, der Kollege, dass er da vorwärtskommt. Äh, okay, das kann ich nicht, das kann ich auch nicht. Zündung können wir auch nicht. Also wenn, dann würde ich wirklich komplett. Können wir auch nicht, können wir nicht vorher zwei Vergaser reinpacken? Nockenwellen, nee, Ventile, nee, nee, 125. Oh, Ölkühlung. Na, aber brauchen wir eigentlich nicht. Äh, Bremsen finde ich immer noch nicht so wichtig. Äh, Gewicht finde ich auch noch nicht so wichtig. Federn. Wir können noch mal eins runtergehen. Wir könnten aber auch noch mal eins, äh, größere Reifen gehen. 302, wie wär's beim Fahrwerk? 300. So effektiv werden die Reifen, glaube ich, ein bisschen. Wir können natürlich aber auch sowas wie schöne Kupplung, da gibt's auch noch mal ein bisschen mehr Power. Getriebe. Hm, hm, ein Shifter und Öl. Äh, macht auch nix. Ne. Ne, ich glaube, wir bleiben dabei, dass wir das Fahrwerk anpassen. Nochmal, nochmal ein bisschen steiferes Fahrwerk. Dann geht's auch direkt weiter. Kommt natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer, ist auch immer wunderschön. Und dann geht's, äh, zur Heimstrecke nach Bade-Würdeberg. Ach. Zum, im Gude-Bade-Würdeberg. Ich muss ja sagen, ne. Also jetzt mal ernsthaft, die Feiertouristenfahrten auf dem Nürburgring, aber auf dem Hockenheimring war ich nicht ein einziges Mal. Und das ist näher dran. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich den Nürburgring trotzdem, auch wenn ich nur so ein kleines Auto habe, trotzdem spannender finde. Also selbst mit 80 PS macht es Spaß, da durchzufahren. Mit Vollgas. Also mit, ne, 80 PS Vollgas. Äh, so viel wie 80 PS halt rauswusten können, aber es macht Spaß. Okay. Fahrwerk ist auf jeden Fall noch besser geworden natürlich. Noch direkter. Jetzt merke ich es so langsam, dass die Bremsen doch eventuell der nächste Punkt wären. Jetzt hat es das Fahrwerk wahrscheinlich die ganze Zeit immer so ein bisschen mit, äh, abgefedert. Aber ein bisschen mehr Druck reingekriegt in die richtige Stelle, dass die Bremsen gut arbeiten konnten. Jetzt können die Bremsen weniger gut arbeiten, weil es gut verlagert ist. Aber mal gucken. Noch geht's. Noch ist es nicht eine Katastrophe. Das Auto sieht wunderschön aus. Und wie gesagt, Thema Felgen schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also bei Forza Motorsport finde ich es schwierig. Bei Forza Horizon finde ich teilweise die Felgen ein bisschen besser zum, äh, gesortiert. Äh, dass man da viel, viel besser, viel, viel schneller irgendwas findet, was man haben möchte. muss ich mal, muss ich mal vielleicht im Off gucken, was es da eigentlich für schöne Felgen nicht drin gibt, doch drin gibt, nicht doch drin gibt. So wird ein Satz daraus. Ähm, dann können wir wirklich auch mal gucken, ob wir die Felgen anpassen. Wobei ich echt sagen muss, die Felgen bringen halt nichts. Die bringen halt wirklich gar nichts in dem Spiel. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, in einem Spiel, wo es wirklich eigentlich eher um Performance geht, also wirklich Power auf die Straße bringen, brauche ich keine schönen Felgen. Vor allem, ich finde jetzt die Originalfelgen von den meisten Autos jetzt auch nicht wirklich miserabel. So. Naja, müssen wir mal gucken. Jetzt gucken wir mal aufs Training. Eine 1,5612 brauchen wir. Autostufe 10 haben wir auf jeden Fall schon mal in den Sack. Wenn ich mich konzentriere, kriegen wir auch eine 1,5612 in den Sack. Oioioioioioioioioioi ok ok auto strecke danke bleiben bitte danke also da hat aber kurz also man merkt auf jeden fall der motor ist ein bisschen drehfreudiger jetzt die reifen doch ein bisschen kipp verlieren dann sagt der motor vollgas 126 50 12 haben wir noch nicht kriegen wir aber gleich bestimmt ein bisschen besser durchfahren hier verkehr das jetzt nervig 275 minus ja ok verliert er sich echt eher mehr zeit gerade mal gucken uns müsste dann ja toyota 2000 gt sein das wäre ja schön wenn sowas mal 2000 ps hätte dann würde der name auch passen ich glaube 2000 liter braun wird es nicht die 2000 ps schon realistischer na guck mal jetzt ein bisschen hier leistung raus zeit raus war nicht nicht leistung leistung haben wir ja die sollte uns nicht abhanden kommen hat die kurve war vor allem mein größtes problem noch vorsichtiger mit dem gas umgehen dann klappt das auch der porsche ist da vorne schön langsam das ist wäre im rennen wunderbar aber jetzt steht uns eigentlich irgendwie hoffentlich nicht er geht mal komplett rein raus tschüss freundchen aber wir sollten die zeit jetzt auf jeden fall drin haben jawohl wenn auch trotzdem noch ein bisschen knapp aber haben wir und verbessern will ich es irgendwie auch nicht mehr es wird auf jeden fall spannend im rennen ja jetzt habe ich aber zeit verloren wird auf jeden fall spannender im rennen noch gesagt bremsen ist auf jeden fall eines der nächsten sachen also ich bin Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu konzentrieren. Also die Zeit vielleicht doch nochmal ein bisschen verbessern. Aber ich befürchte leider, der Trom bleibt mir verwehrt. Also hier muss ich mit dem Körper aufpassen, der verleitet sehr zum Rutschen. Dann kann ich auch ein bisschen weiter raus und kann ich die Kurve ein bisschen enger nehmen. Ein bisschen mit mir Vollgas. Aber es wird auf jeden Fall keine neue Bestzeit. Ne, sogar eine sehr schlechte Zeit. Sogar zu schlecht, eigentlich. Aber ja, wir haben es geschafft, das Training. Auf der Heimstrecke. Deswegen jetzt mal gucken, wie das Rennen wird. Ich hoffe gut, Sprit haben wir genug. Gut genug. Gut genug. Ja... Will ich nicht. Wir bleiben auf dem 12. Platz. Wir mogeln uns nicht nach vorne. Dafür geht es jetzt aber schon direkt los. Zum vorletzten Rennen in der Sportwagen, Sportwagen Classic Legacy Tour mit der wunderschönen Fair Lady. Ich werde tatsächlich echt sehr human getunt haben. Also wir sind jetzt nicht so komplett Hau drauf tuning gegangen, sondern echt... Ah, also Motorswap geht halt noch, ne? Das wäre jetzt so... Hau drauf mäßig. Okay. Nissan, Nissan, Nissan. Danke. Danke, Nissan. Oh, Nissan. Oh, Gott! Was bremst denn die alle so stark? Ai, 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 ai. Hier wird aber drüber geräumt. Okay. Die wollen so schnell es geht hier weg von den Leuten. Die sind mehr in der Kurve auf jeden Fall. es hat immer wenn die sonne so ein pack sind bremsen die hat mega stark runter bräuchten weg von meiner flanke so haben wir zumindest die ersten sieben die 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 sind zumindest auch schon mal auf dem siebten platz der lotus gibt uns auch freiwillig seinen sechsten platz her oi junge freundchen willst aber auch mit deinem kleinen lotus kompletten überschlag bauen das war ich bleibe da ich bleibe da jetzt auch herr da darauf zu überzugehen alter porsche 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 frühgas hier bitte dankeschön ein lotus ist aber ein kleiner kampfzwerg hier also richtig der hält auch dagegen ich hätte eigentlich gedacht wo ich dir jetzt gerade in der links kurve da berührt habe dass er gleich im kompletten grad flick flack macht aber die berührung auf jeden fall hart also das war also schon ein bisschen zertelten das war jetzt nicht das war jetzt keine leichte berührung das war schon wirklich im echten leben werden wir beide raus gewesen meine achse wäre durch und dem seine hinterrad achse wäre durch komplett die berührung haben wir dann sechs stück platz fünf gerade wenn wir uns daran halten können wir auf jeden fall die paar noch kriegen pro runde einen und dann dürfte das eigentlich passen oder wir nehmen einfach pro runde zwei dann habe ich auch keinen stress damit wenn sie uns nicht alle so aufhalten die berührung haben wir jetzt die berührung haben wir und der porsche davor ist auch schon ein bisschen langsamer unterwegs deswegen wir den jetzt auch kriegen werden diesmal bin ich der der sich sonst ausdrückt wie so ein beserker kleines jägermeister porsche jägermeister porsche 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 ich habe mich aber glaube ich eher mal ein bisschen konzentrieren dass wir der 2 das wird jetzt einer zwei anderen bauken davon und auch kriegen sonst wird das nix mit dem ersten platz jägermeister porsche sind immer noch hinten dran und zu knapp gar nicht zu knapp besser müssen wir gucken dass wir die davon einholen hat tricks aus kram also wir kommen ran ich habe nicht das gefühl dass wir rankommen mit überschuss ich überholen wir noch nicht und das muss aus dass er hier weit raus geht und hier gehen wir weit innen man wird sich hier auf den adus freche sau aber hast jetzt eigene bein geschossen die linie kriegst du nicht wieder das ist jetzt meine linie so den haben wir nach seinem vertun gerade oder zu extrem defensiven fahren da sie selber raus gehauen hat haben wir ihn wir haben noch zwei entspannte runden hoffentlich dass wir den kollegen davon auch noch einholen und kriegen ich bin zumindest mal froh muss ich ehrlich sagen es sind jetzt schon zwei folgen die ich aufnehmen am stück und das ist bisher noch kein absturz passiert ich hatte die befürchtung da ich das natürlich mit hd die grafikkarte ein bisschen mehr zu tun hat das vielleicht mehr abstürze vielleicht passieren oder so blödsinn drei runden haben wir sogar noch ein stimmt ich bin bei zwei geblieben aber nee es läuft flüssig ist trotzdem nur sehr warm hier brauchen es wird sich aber nicht ändern leider klimaanlage wird hier in diesem raum er nicht passieren in den drei runden dürften wir ihn auf jeden fall kriegen ja dann kriegen wir auf jeden fall los unser nissan ist schön glädiert schon ja 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 das tut weh beim angucken er fährt ordentlich er fährt sehr sehr ordentlich sie mich anstrengen dass ich das mithalten kann aber hier und da geht er auf jeden fall ein bisschen zu weit raus aber ich auch nicht ganz perfekt na also das ist das ist ein gutes battle hier gerade das ist das ist das ist das Oh. Oh. That's not posted. Oh. Schwierig. Also er fährt gut. Er fährt sehr, 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 sehr gut. Sehr konstant. Ich hab grad immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel immer mal so ein bisschen hängen bleibt. Logisch, das Spiel einmal, dass es nicht abstürzt und jetzt kriegt es Mikrogeklau oder so'n Scheiß. Die bringe mich so ein bisschen aus dem Konzept, hab ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob ihr dies auch bemerkt tatsächlich, aber es bleibt immer mal wieder so für Sekündchen so'n kleines Hängebildchen. Ich glaub, das wird nix mehr. Letzte Runde. Ich bin eigentlich die letzten Runden ziemlich gut rangekommen, aber nicht vorbei. Und das ist das Problem. Ja, muss schon, muss schon auch vorbeikommen. Will's aber auch echt nicht mit ner Brechstange machen, das wär jetzt echt unfair. Wird nicht. Ich hoffe halt, dass ich das nicht muss. Wenn man vielleicht einfach rankomme. Na komm, der, der verschaltet sich auch noch. Da hat mein Auto zu spät runter geschaltet. Das ist halt der Nachteil, wenn man immer noch auf der Automatik bleibt. Ah, doof. Da wär ich gut dranbleiben, da hätte ich gut dranbleiben können, hätte das Auto schneller reagiert, was das Schalten angeht. Ärgerlich, ärgerlich, weil jetzt ist es, glaub ich, so ziemlich, naja, jetzt komm ich nicht mehr ran. Hier hat er wirklich, wirklich einen großen Vorteil tatsächlich. Ähm, den ich nicht, nicht ausspielen kann. Von allem nicht so. Er hat einen Beschleunigungsvorteil. Er hat einen massiven Beschleunigungsvorteil. Okay. Äh, schade. Platz zwei. Gebe ich mich aber auch zufrieden. Er fährt echt super. Da vorne. Ähm, da komm ich einfach nicht mit. Da komm ich einfach nicht mit. Schade. Schokolade. Aber, Platz zwei. Immerhin. Es hätte auch noch schlimmer sein können. Von daher. Es dürfte unser Standing auf jeden Fall nicht zerstören. Äh, war das der? Ne, das war was anderes. Hier. Das war ein Nissan, ne? Auch ein Nissan RX 300. RX 3. Hier. Ne, ein Mazda RX 3. Ist es. Okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, äh, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, äh, bei Fahrzeug Motorsport wieder. Bis dann und ciao, ciao. Jo B مان cliché. resize vaya das indicator. Ali, ja. Und dann, ja. Same. Bis zum nächsten Mal.